Heute möchte ich dir zeigen, wie du in Soul Mask deine NPCs einsetzen kannst zum Arbeiten. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Dein erster NPC wird relativ bald zu dir kommen, und zwar freiwillig in dem Moment, wo du dieses Leuchtfeuer aufbaust, welches ja dafür da ist, deinen Bereich, in dem du baust, deine Base zu beschützen, sodass sie nicht verfällt. Eine kleine Nebenbemerkung, das Leuchtfeuer muss drin stehen und nicht draußen, sonst wird es im Regen ausgehen und dein Gebäude verfallen, also in den Standardeinstellungen. Wie ihr seht, habe ich hier bereits drei NPCs, die arbeiten alle für mich. Ich habe das alles automatisiert. Das erste, wo du wahrscheinlich damit in Berührung kommst, ist der Moment, wo du eine Handwerksbank oder einen Schreinertisch aufgebaut hast und du möchtest etwas herstellen. Wenn wir das öffnen mit E, das Menü dieses Handwerkstisches, dann sehen wir einmal hier all die Dinge, die wir herstellen können. Wir sehen hier, diese Sachen habe ich bereits freigeschaltet und kann ich herstellen. Diese Sachen hier mit dem Schloss, die kann ich noch nicht herstellen. Das habe ich noch nicht gelernt. Wenn ich jetzt etwas herstellen möchte, als Beispiel, ich möchte herstellen eine Klemmplatte, dann würde ich normalerweise E drücken und dann erscheint das hier, sofern ich die Materialien habe. Wenn ich jetzt D drücke, erteile ich hier einen Auftrag, dies herzustellen. Ihr seht, dieser Auftrag ist jetzt so goldbraun hinterlegt, diese Aufträge sind lila hinterlegt. Was ich jetzt mache für all diese Aufträge, um das eben zu automatisieren, ich gehe hier auf dieses Zahnrad und komme in ein Menü. Und hier oben steht, dass ich diesen Herstellungsmodus zyklisch durchführen lassen kann. Markiere ich mir, das soll zyklisch passieren. Die Herstellungsmenge kann ich variabel festlegen, zwischen 1 und 999. Sagen wir mal als Beispiel, wir wollen pro Tag 20 Stück davon haben. Zu den Herstellungsmengen ist zu sagen, das ist natürlich abhängig davon, ob ihr alleine spielt, ob ihr mit mehreren spielt. Und im Laufe der Zeit merkt ihr auch, wie viele dieser Dinge ihr tatsächlich braucht. Ihr könnt aber auch zum Beispiel einfach sagen, okay, ich stelle bei allem 999 ein und das wird eh nur so lange abgearbeitet, wie auch Material dafür vorhanden ist. Und dann ruht es, bis wieder neues Material dazukommt. Jetzt kann ich hier sagen, okay, ich möchte, dass zum Beispiel alle 24 Stunden 20 Stück davon hergestellt werden. Und dann muss ich das Ganze nur noch bestätigen. Jetzt seht ihr, das ist jetzt bestätigt. Alle 24 Stunden werden 20 von diesen Klemmplatten hergestellt. Und das dauert knappe 3 Minuten. Als nächstes könnt ihr hier unten einen Betreuer zuteilen. Und wenn ich jetzt hier einfach draufklicke, dann sehe ich die NPCs, die ich bei mir im Stamm habe. Man sieht hier, einer ist bereits so gelb-gold hinterlegt. Das ist der, der dieser Bank zugewiesen ist. Auf der linken Seite erscheinen jetzt die Fähigkeiten meiner Mitarbeiter. Deswegen bevorzuge ich diese Methode, um Arbeitsaufträge zu erstellen, weil ich hier sehr deutlich sehen kann, wer welche Fähigkeiten mitbringt. Also der Herumstreicher kann sich für das Thema Holz und Stein bis auf Level 89 weiterentwickeln. Aktuell ist er auf Level 41. Der Barbar könnte sich bis Level 90 weiterentwickeln. Weil er aber hier noch nicht gearbeitet hat, hat er erst Stufe 7 erreicht. Der andere Barbar könnte sich auf 80 weiterentwickeln und ist aktuell auf Stufe 5. Das bedeutet, für die jeweilige Bergbank wird immer grünlich hinterlegt, welche Fähigkeiten man braucht und wie die Entwicklungschancen, beziehungsweise wie der tatsächliche Entwicklungsstatus für diese Werkbank ist. Wenn ich jetzt hier anklicke, wechsle das einfach einmal. Ich drücke lange hier drauf. Dann habe ich jetzt den Betreuer Barbar zugewiesen. Ich nehme das jetzt in dem Fall gleich mal wieder zurück und setze ihn wieder ein. Das bedeutet, all diese Dinge werden jetzt automatisch alle 24 Stunden, also ich stelle immer alles auf 24 Stunden ein. Aber ihr könnt dann auch sagen, das möchte ich alle 6 Stunden hergestellt haben oder so. Ja, das haben wir ja vorher gesehen. Das ist die eine Sache, wie ihr das Ganze einrichten könnt. Hier unten steht jetzt noch, Gegenstände, die hier von Stammesmitgliedern hergestellt wurden, werden nicht in die Lagertruhe verschoben. Es ist so, die NPCs holen sich automatisch die Materialien aus dem Lager und bringen sie auch automatisch in die richtige Kiste. Und woher wissen sie, was die richtige Kiste ist? Ganz einfach, indem ihr die Kisten zugewiesen habt, die Lagerkisten. Das geht mit jeder Lagerkiste. Wir haben jetzt hier eine Lagerkiste, die habe ich bereits zugewiesen für alles, was für tierische Materialien sind. Dafür geht man in die Kiste rein, geht dann auf Lagergegenstände einstellen, kann dann hier die Kategorie auswählen. In meinem Fall sind das jetzt die Tiere. Und theoretisch kann ich hier noch sagen, es soll alles da rein oder es soll nichts davon da rein oder eben alles da rein. Oder Premium-Fell soll aber da nicht rein, das soll in eine andere Kiste. Für mich persönlich ist es übersichtlicher, wenn die alles einfach in die Kisten reintun. Ich selber beschäftige mich mit Herstellung relativ wenig ab einem gewissen Zeitpunkt in diesem Spiel. Ich überlasse das alles meinen Leuten. Gut, jetzt machen sie gerade alle Pause, aber wenn es Tag ist, dann flitzen sie hier ganz ordentlich rum und arbeiten. So kann ich das halt für jede Werkbank einstellen. Und die werden immer so lange arbeiten, wie sie Material haben. Und wenn sie kein Material mehr haben oder wenn es wie in diesem Fall hier abgearbeitet wurde, dann widmen sie sich der nächsten Aufgabe. Die Alternative ist, ihr drückt die Taste P. Mit der Taste P kommt ihr in das Menü Arbeit. Jetzt kann ich hier oben neben meinem Namen anklicken und bekomme die Liste meiner NPCs angezeigt. Wenn ich auf Kämpfen gehe, kann ich sie mitnehmen. Ich kann sagen, sie sollen die Arbeit pausieren. Oder ich kann sie markieren, um sie auf der Karte zu sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Barbar anklicke, dann seht ihr hier die Arbeitsaufgabe Verwalte Werkbänke in der Umgebung. Das ist das, was wir eben an der Werkbank eingestellt haben. Was man hier jetzt auch sehr gut sieht, es gibt aktuell eine in Anführungsstrichen Werkbank, der keinem NPC zugewiesen wurde. Und das ist die Toilette. Das heißt, die Toilette, da müssen wir noch einen NPC zuweisen. Jetzt ist es hier in diesem Menü so, dass ich nicht besonders gut sehen kann, wer jetzt besonders qualifiziert ist, zum Beispiel für die Aufgabe, Leder herzustellen. Ja, Toilette ist da vielleicht ein falsches Beispiel. Aber ich kann einfach auch hier die Zuweisungen ändern. Ich kann hier einen Haken rausnehmen und mit der Taste E bestätigen. Oder ich kann hier ein Häkchen setzen. Wenn ich hier einen Haken rausnehme und das Ganze bestätige und gehe jetzt zum Beispiel hier auf Sie, hier auf Herumstreicher, dann sehe ich jetzt hier zwei offene Positionen. Wir werden also das hier wieder zuweisen und wir werden auch die Toilette diesem NPC zuweisen und das Ganze einfach mit E bestätigen. Sie ist jetzt gleich schon mal losgerannt und holt die Fäkalien, die man dann später für die Felder braucht und wird sie hier einlagern in der richtigen Kiste. Ja, jetzt muss ich selber mal gucken. Hier sind jetzt unsere ersten fünf Fäkalien aus der Toilette. Die hat sie hier reingebracht. Und wenn sie sie benötigt oder irgendein anderer NPC sie benötigt, dann wird er da die entsprechend hier wieder rausholen. Das gleiche kannst du aber auch für andere Aufgaben machen. Das waren ja jetzt mal nur die Werkbänke. Dieser Level 13 Barbar, dem habe ich Werkzeug gegeben, ganz viel. Sensen und Äxte und alles mögliche, aber das sollst du nicht haben. Das hat er gerade hergestellt. Da fehlt noch die Kiste, deswegen hat er das nirgendwo reinlegen können. Das nehme ich mir mal raus. Also der hat jetzt Werkzeug von mir bekommen. Jetzt gehe ich hier auf P, Arbeit. Dann gehe ich auf meinen Level 13 Barbar. Gehe hier auf dieses Plus und sage jetzt, der soll mir nämlich in der Wildnis Dinge sammeln. Und den Arbeitsort habe ich festgelegt, indem ich auf der Map einen Marker gesetzt habe. Der ist ganz hier bei mir in der Nähe des Hauses. Und der heißt Holz und Stein. Das Arbeitsziel kann ich hier jetzt festlegen. Holzfällen oder eben auch Bergbau oder etwas Ernten. Ich gehe jetzt mal auf Holzfällen und die Menge lasse ich auf unbegrenzt. Er soll das in nahen Lagertruhen ablegen. Ich könnte ihm auch sagen, er soll es in eine bestimmte Truhe legen oder ich kann ihm sagen, er soll das direkt in das Feuer packen. Ja, oder in eine Werkbank packen, nahe Lagertruhen. Er wird sowieso die richtige Truhe nehmen. Jetzt können wir hier noch entscheiden, soll er sein Werkzeug wegwerfen oder wollen wir das reparieren. Das kann man hier dann entscheiden. Gerade so das Anfangswerkzeug, das Steinwerkzeug macht eigentlich wenig Sinn, dass man das aufhebt. Der kann das ruhig wegwerfen, sagen wir. Dann kriegt er Neues von uns. Und mit E speichern wir jetzt diese Arbeit. Und er rennt schon los. Da vorne ist schon der Punkt. Ich habe das hier so zwischen diversen Pantern und Schlangen hier eingerichtet. Und hier können sie alles Mögliche ernten. Also der Radius um den Punkt, den ich hier festgelegt habe, sind standardmäßig 30 Meter. Ja, in diesem Bereich wird er Dinge ernten. Und ich habe eben versucht, das so einzurichten, dass er nicht unbedingt in irgendwelche wilden Tiere reinrennt. Aber er hat auch Waffen dabei, mit denen er sich verteidigen kann. Und er ist sowieso ein relativ guter Kämpfer schon. Also könnte er sich notfalls auch verteidigen, denke ich. Wenn ich hier auf Verhaltenseinstellungen gehe, dann habe ich hier bei dem NPC die Angriffseinstellungen. Und standardmäßig stehen die auf Passiver Angriff oder Passive Flucht. So, ich habe ihn jetzt auf Passive Flucht gestellt. Er sollte jetzt wegrennen. Das ist natürlich wichtig, dass er möglichst... Ich will ja nicht, dass er stirbt, während er arbeitet. Und bevor er tot ist, stelle ich ihn dieser entsprechend so ein. So, und da ist er schon wieder da. Passive Flucht, denke ich, ist das Beste. Die Aggro-Range, die ist ja nicht so groß bei den Tieren hier. Also bei einem Panther wäre das ein bisschen was anderes. Aber hier ist das okay. Jetzt geben wir ihm gleich noch eine weitere Aufgabe. Arbeit, dann hier unser Level 13-Barbar. Der wird übrigens durch die Tätigkeiten natürlich sein Level verbessern. Wir sagen jetzt, er soll hier sammeln in der Wildnis, bei Holz und Stein. Und er soll Bergbau betreiben, Menge unbegrenzt. Und das Werkzeug soll er wegwerfen. Er wird jetzt hier die ganze Zeit im Radius von 30 Metern um diesen markierten Punkt herumlaufen und wird die Materialien hier abernten und legt sie uns in die Werkbänke. Wenn unsere NPCs arbeiten, entwickeln sie sich weiter. Da kämpfen zwei Schlangen miteinander übrigens. Und wenn ich hier mit Tab in das Menü reingehe, in mein Handmenü, kann ich hier auch wieder auf die Liste meiner NPCs klicken. Kann mir angucken, was sie für Eigenschaften, für Fähigkeiten mitbringen. Wir gehen jetzt hier mal, er hat hier jetzt schon einen Art guter Punkt dazu bekommen, durch die Tätigkeiten, die er für mich ausführt. Hier geht es mir um allgemeine Charaktereigenschaften von ihm. Das interessiert uns jetzt im Moment nicht unbedingt. Aber es geht uns hier ums Können. Dieses Menü haben wir in Kurzform vorhin schon mal in der Werkbank gesehen. Hier können wir jetzt gucken, wenn er irgendwo bereits Level 30 erreicht hat, was jetzt hier leider nicht der Fall ist. Dann kann hier rechts eingestellt werden. Ich nehme jetzt mal mich selber als Beispiel. Das könnte aber auch ein normaler NPC sein. Dann bekomme ich hier bei Level 30 das erste Mal eine Auswahlmöglichkeit, ob ich schneller ernten möchte, mehr ernten möchte, weniger meine Materialien abnutzen will oder meine Ausdauerkosten beim Ernten senken will. Das gilt für die NPCs natürlich genauso. Die haben auch diese Auswahl hier. Und wenn sie Level 30 sind bei einer Tätigkeit, dann kann man das hier entsprechend einstellen. Und das gilt sowohl für handwerkliche Tätigkeiten als auch für die Kampffähigkeiten. Der Unterschied zwischen meinen Dingen, die ich arbeite, und den NPCs ist, dass die NPCs sich theoretisch immer höher entwickeln können als ich. Also er kann sich zum Beispiel hier bei Doppelklinge bis 107 entwickeln oder bei der Waffenherstellung bis Stufe 89. Ich kann mich aber nur mit meinem Charakter bis Stufe 50 jeweils entwickeln. Und das ist ja der Sinn des Spiels, dass man dann ab einem bestimmten Level einfach in einen anderen Charakter hier hinein wechselt, also insbesondere natürlich auf den Kampf bezogen, der sich höher entwickeln kann. Und wir sind relativ schnell schon hier bei Stufe 50 angekommen. Das dauert nicht so wahnsinnig lange, wenn wir zum Beispiel immer das Gleiche machen, also wenn wir immer die gleichen Tätigkeiten ausführen oder wenn wir immer die gleichen Waffen benutzen. Und dann sind wir mehr oder weniger gezwungen, dass wir wechseln. Dann schauen wir nochmal hier rein. Wir haben hier Sammeln in der Wildnis, Werkbank bedienen, in der Werkstatt Materialien zusammensuchen, in unserer Base rumlaufen und Materialien sammeln oder auch in Außenposten, wo wir zum Beispiel Erze abbauen oder Ähnliches ist das möglich, Gegenstände sortieren und einlagern, Gegenstände durch die Gegend tragen und liefern an bestimmte Werksbänke oder an bestimmte Orte. Zum Beispiel neues Werkzeug liefern an die Mine wäre so ein Beispiel. Die Farmverwaltung, ganz wichtig, dass deine Felder und so ordentlich bedient werden und dass du immer frischen Mais und andere Gemüse und so weiter hast. Züchten und Schlachten, das wäre dann, wenn wir Tierhaltung haben, Lagerunterhalt, ganz wichtig, dass dein Lagerfeuer immer brennt, dass deine Lampen immer mit Brennstoff versorgt sind und dass deine Base auch repariert wird. Was auch, denke ich, noch sehr wichtig ist, wenn du Materialien herstellen willst oder irgendetwas herstellen willst, dann hast du in der Regel die Auswahl, welche Materialien du als Basismaterialien wählen willst. Also ich kann hier sagen, ich möchte dünnes Seil nur herstellen lassen aus Bästchenfell und nicht aus Garn oder nur aus Garn. Oder ich möchte Lederseile nur herstellen lassen aus grobem Leder, weil ich davon eh ganz viel habe und nicht aus normalem Leder. Ich bin der Meinung, dass das ein großer Vorteil ist, dass man eben diese doch recht langwierigen Tätigkeiten hier komplett übernehmen lassen kann von seinen MPCs. Du kannst natürlich auch alles selber machen. Das bringt dir auch XP. Und wenn du dich eine Stunde lang an den Webstuhl stellst und dickes Seil herstellst, dann bekommst du sicher auch eine Menge XP dadurch. Aber wenn du das nicht machen möchtest, sondern vielleicht über die Welt erkunden, rausgehen, etwas bekämpfen, was auch immer, dann ist die Automatisierung hier in Soulmask auf jeden Fall wichtig für dich. Ich hoffe, dieser Guide hat dir gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.